Hallo Kinder! Herzlich Willkommen bei Pandido, eurem YouTube-Kanal für Spielzeug und Geschichten. Das ist unsere Geschichte über Alfred und den Postkutschenraub. Hey Alfred! Hi Bernhard! Was gibt's? Brauchst du einen Job, Alfred? Na klar! Okay, pass auf. Es gibt eine Menge Geld zu transportieren. Von Pizzatown nach Spaghetti City. Willst du den Job machen? Ist nicht ganz ungefährlich. Okay, klar. Vergiss deine Pistole nicht. Okay, pass auf. Dein Gehalt. Und da ist das ganze Geld. Okay, dann wollen wir mal. So. Okay. Schau mal hier. Alfred! Was denn? Gib dir noch den Sack Mehl. Okay, okay. Okay, okay. Jo. Kannst du mir meiner Kiste helfen? Na klar. Okay, klasse. Ah, Alfred, du brauchst eine Pistole. Okay. Hier, nimm die. Das ist meine beste Waffe. Danke, Bernhard. Viel Glück. Ich zieh mich zurück. Okay. Wollt ihr wissen, wie es weitergeht und ob Alfred es schafft, das Geld sicher zu transportieren? Dann klickt einfach auf das kleine Video unten im Bild. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr Vorschläge für neue Geschichten habt, dann kommentiert einfach das Video. Wir antworten euch dann so schnell wie möglich. Zeigt euren Freunden, dass euch unser Kanal gefällt und gebt uns einen Daumen hoch. Die Geschichten mit den meisten Likes werden weitergeführt. Bis bald, euer Pandido-Kanal.